Wo ist sie dann jetzt? Ach Gott, ach Gott, das ist ja nicht eine Idee, ey. Das ist ja auch. Ja, Servus! Und herzlich willkommen zu diesem Video. Heute... Foto? Nein. Ähm... 2022. Pläne. Ja, ich packe meinen Kahn beieinander und dann... Irgendwird rüber. Ach, wie schön. Blende ich euch ein. Foto, klar. Waschen das jetzt, dass das hier eine Zaubererei gibt? So. Ja, mein Lieben. 2020 is coming. 2022, hab ich doch gesagt, oder? Und, äh... Klar, jeder von uns hat so den einen oder anderen Plan, ne? Urlaub, Touren, Vorhaben, und so, ne? Ja, doppelt gemobbelt. Hält derseits. Jetzt gucke ich erstmal, dass ich hier wieder rauskomme. So, Freunde. Ähm... Bin ich mückenfrei? Ich bin schon ein paar Kilometer gefahren. Iso, cool. So. 2022. Ich geh davon aus... So das ein oder andere Zielchen habt ihr euch auch gesteckt. Ich fange mal mit dem April an. Ja. Dauert nur noch zwei Tage. Dann ist April. Ihr seid mir nur ein ganz kleines Stückchen voraus. Ja. Relativ spontanes Video. Heute Montag. Ja. Dienstag kommt das schlechte Wetter. Wir werden alle noch mal eine Pause einlegen müssen, glaube ich. Der April fängt an mit Anlassen 2022. Für euch vielleicht. Ich bin noch skeptisch. Ich habe mir ein Zimmer gebucht beim... In der Nähe von Stefan vom Torclub. Weil wir da gemeinsam hinwollen mit GT Matze. Aber aktuell ist da Schnee gemeldet. Ja. 4, 5 Grad und Schnee. Und 4, 5 Grad als Höchsttemperatur. Ah. Könnte eine enge Nummer werden. Ich weiß noch nicht, ob wir das durchziehen. Es kann sein. Wir gehen ins Kino. Gucken wir mal. Schöne Grüße an Thorsten. Ich weiß halt noch nicht, ne? Ich muss überlegen, dass ich das jetzt hier so ein bisschen auf die Kette kriege. Also, im April ist Anlassen 2022. Klar, finde ich sehr cool, dass das mal wieder startet. Wäre sehr schade, wenn ich da nicht hin kann. Am liebsten mit dem Monsterchen hier. Weil mich reizt die Grand Prix Strecke. Das muss ich einfach sagen. Das hat mir das letzte Mal so einen Heidenspaß gemacht. Dieses geführte über die Grand Prix Strecke. Überholen verboten. Mit Instruktor vorne voraus. Und der passt die Geschwindigkeit der Gruppe. Eine kleine Gruppe. Ich sag mal so maximal, was wollen wir denn? Maximal so sechs, sieben Leute oder so. Und ja, er orientiert sich immer an dem langsamsten. Ich bin in der mittleren Gruppe mitgefahren damals. Hat einfach mega Spaß gemacht. Die Strecke hat Auslaufzonen und so. Naja, ich will jetzt nicht beim Anlassen hängen bleiben. Könnt ihr euch Videos von mir angucken. Gibt's hier alles auf dem Kanal. Und dann geht's eigentlich soweit ich weiß schon mit Mai weiter. Im Mai ist es so, dass ein Schrecklagentraining geplant ist. Aber jetzt auch wieder keins zum Fahren. Sondern eins zum Üben. Das heißt wieder mit einem Ausleger. Genau dasselbe beim Team Schrecklagentraining.de. Wo wir eine niegelnagelneue Monster fahren dürfen. Die neue Monster, klar, ich weiß, die ist nicht jedermanns Sache. Ich muss sagen, ich finde die nicht schlecht. Und ich freue mich drauf, die mal fahren zu dürfen. Weil ich glaube, die fährt sich Astrain. Das glaube ich. Und ich bin sehr gespannt. Die neue Supersport ist da glaube ich auch vertreten. Ich denke, ich fange mit der Monster an. Und mache dann mit der Supersport weiter. Freue ich mich richtig drauf. Wetter vorausgesetzt. Wir sind in einer Gruppe da. Mit zehn Leuten. Stefan vom Tor-Club ist dabei. Seine Frau ist dabei. Der Olli ist dabei. Der Julian, der Reiterator ist dabei. Es sind ganz viele dabei. Wird es noch ein Video zu geben? Keine Frage. Dann, was haben wir im Mai? Haben wir noch? Herrentagsausfahrt. Alias hier. Auch wieder. Stefan vom Tor-Club. Jawoll. Hat mich gefragt, ob ich wieder mit nach Thüringen möchte. Und ich habe Ja gesagt. Dementsprechend wird nochmal Thüringen unsicher gemacht. Dann sind wir. Wir spulen das hier runter. Dann sind wir im Juni. Im Juni wird es für mich geben. Da könnte ich eure Hilfe gebrauchen. Ich würde mich richtig freuen. Mein Papa. Mein Daddy. Der ist ein unheimlich großer Sylt Fan. Und fährt da jedes Jahr hin. Und immer zu einer Zeit, wo normalerweise auf Sylt ein riesengroßes Harley-Treffen ist. Und selbst meine Mama ist total begeistert davon. Und der kommt immer nach Hause. Zeigt Fotos. Und ist am Schwärmen. Sylt kennt er. Ja, wie er aus seiner, wie sagt man, Westentasche. Keine Ahnung. Er ist schon immer dran, dass ich mal mit da hoch komme. Mich hat es bisher eigentlich immer mehr in den Süden gezogen. Ich würde dieses Jahr gerne meinen Papa mal auf Sylt besuchen. Über ein Wochenende. Einfach mal mit der Multima. Einfach mal hoch an die Nordsee. Und ich weiß noch nicht so recht, wie ich auf Sylt komme. Also wie ich da drauf komme. Entweder mit einem Zug oder mit einer Pferde. Und ich habe schon gegoogelt. Ich würde ja am liebsten das alles ein bisschen spontan machen. Dass ich mir keine Fähre buche zu einer bestimmten Uhrzeit oder so. Damit ich mir einfach keinen Stress gebe oder so. Und da ist jetzt die Frage. Wer von euch war schon mal mit dem Motorrad auf Sylt? Kann ich mit dem Motorrad auf diesen Autozug-Anhänger? Geht das? Weiß ich nicht. Oder doch lieber ein Stückchen nördlicher fahren und dann mit der Fähre rüber scheppern? Das wäre sowas. Würde ich mich sehr freuen, wenn da was in den Kommentaren oder wenn ihr auf was verweisen könnt. Hier guckt da mal. Da hat das jemand gemacht oder so. Also fände ich total cool. So. Dann ist der Juni eigentlich auch schon wieder rum. Und dann kommen wir in den Juli. Im Juli. Was haben wir da? Da haben wir am Anfang erstmal nichts. Und dann haben wir meinen Haupturlaub. Große Reise. Große Reise. Große Reise geht los mit der besseren Hälfte vom Stefan. Fobtor Club. Ja. Mit der Corinna. Und dann selbst freilich der Stefan auch. Und dann kommt der Olli. Unser V-Strom-Rider da noch mit. Und der GT Matze. Und wir fünf. Wir fahren. Große Reise. Für mich. Ja. Neuland. Ja. Nach Norwegen. Ja. An den Fjorden entlang. Wir fahren. Nicht allzu hoch. Wir wollen uns keinen Stress machen. Wobei ich noch gar nicht so genau weiß. Wo ich dann nachher eventuell mit GT Matze und V-Strom-Rider mit dem Olli landen werde. Es ist nämlich so, dass wir das so ein bisschen gezweiteilt haben. Weil Stefan und Corinna müssen wieder wegen den Kindern. Ist ja alles ein bisschen Planung. Die müssen nach sechs oder acht Tagen müssen die wieder zu Hause sein. Und ja wir anderen drei haben noch ein bisschen Urlaub. Wir haben zwei Wochen Urlaub. Und ganz ehrlich. Wenn ich auch mal weg bin. Bin ich weg. Und dann gucken wir was wir da machen. Und ja liegt ein bisschen dran. Wie ist mit dem Wetter. Wie ist mit der Lust und Laune und Co. Hast du nicht gesehen. Geplant ist alles schon fix und fertig. Das heißt wir haben gebucht. Wohnungen. Und wir werden campen. Das heißt tendenziell immer. Selten. Pension. Selten. Pension. An einem schönen See. Selten. Pension. Dass immer wenn man mit dem Wetter was wäre. Dass man dann okay weiß. Okay. Nächsten Tag kann ich Akkus alle vollladen. Ich kann meine Sachen trocken machen. Wobei man auch sagen muss. Wir fahren in der Hauptsaison. Also nicht in der Hauptsaison. Sondern in der Hauptsommersaison. Dementsprechend hoffen wir auf gutes Wetter. Aber alle Videos die man sich auf YouTube angucken kann. Die nach Norwegen gehen. Da würde ich doch fast sagen. Da muss es einmal geregnet haben. Das geht da auch ziemlich schnell. Ausgestattet. Ausgerüstet bin ich dafür. Deswegen auch so Camping Zeug. Was ich in der Garage liegen habe. Das werden wir auch vor der Tour noch ein bisschen fleißig üben müssen. Weil es natürlich darum gehen wird. Im Vorhinein. Was muss man mitnehmen. Auf was kann man verzichten. Weil Gepäck spielt natürlich so eine kleine gewisse Rolle. Ja. Das geht dann bis in den August hinein. Der August ist ziemlich voll. Da kommt dann Motorvlog.de 2022. Der Motor Holly und der A-Reisender. Die sind fleißig uns das am Vorbereiten. Und da freue ich mich mega drauf. Ich bin auf jeden Fall dabei. Und dann kommt noch eine Tour. Der Fellows Ride bei Mr. B im Odenwald. Habe ich mir ganz fest vorgenommen. Das ist eine Spenden Sammelaktion. Für Depressionshilfe. Ist ein ernstes Thema. Ist ein meiner Meinung nach etwas unterschätztes Thema. Ich habe da leider. Also nicht ich persönlich. Aber ich habe da schon. Ja bin damit schon konfrontiert worden. Und ich wusste nicht wie ich mich verhalten soll. Und ich habe mich würde ich tendenziell sagen falsch verhalten. Und bei dem Thema sollten wir mal aufklären. Deswegen mache ich da gerne mit. Wo ist das Ding hier? Mit offenem Visier für Depressionshilfe. Ja. Das ist der Slogan der Aktion. Findet vier Mal in Deutschland statt. Im Odenwald ist das letzte Treffen. Gradmelder zum Beispiel. Fährt auch zu einem hin. Da kann man sich anschließen. Finde ich eine absolut unterstützenswerte Geschichte. Das muss ich überlegen. Also von den Dingen die ich fest vorgenommen habe. Damit sie mir jetzt durch. So. Jetzt kann sich jeder vorstellen. Dass ich vielleicht mehr Urlaub habe. Wie zwei Wochen Norwegen. Und mal hier oder da. Ein verlängertes Wochenende. Und ich gehe davon aus. Dass ich es schaffe. Dieses Jahr. Endlich. Ich habe es schon seit Jahren vor. Dass ich endlich mal ins Elbsandsteingebirge komme. Ich habe da so 600 oder 700 Kilometer hin. Ungefähr. So weiß ich einfach mal. Und das ist keine Tour. Die ich an einem normalen Wochenende machen kann. Und. Wobei. Kann das sein. Ich meine. Ich würde 5, 6 Stunden fahren. Vielleicht ist es ein bisschen weniger. Aber auf jeden Fall. Ist so ein Must Have für mich schon immer mal gewesen. Mit diesen Felsformationen. Ich stehe da einfach total drauf. Und da hätte ich mal Bock drauf. So. Ist der Urlaub immer noch nicht mit allen. Weil das kann man natürlich auch mit einem Wochenende verbinden. Schwarzwald wäre so ein Thema. Einfach mal in Schwarzwald gefahren. Wenn ich Richtung Schwarzwald unterwegs bin. Wäre die Frage. Ob man nicht einfach mal einen Abstecher nach Italien macht. Ja. Ja. Ihr merkt. Ich bin ziemlich offen. Ja. Dies Jahr. Was das Wegfahren betrifft. Bin auch mit der Multistraler ziemlich zufrieden. Bis auf eine Geschichte. Ähm. Deswegen mache ich den Vlog heute. Ups. Ähm. Habe ich Fernlicht kurz an. Habe ich bei der Multi auch das Problem. Da komme ich hier an den. Ne. Ist mir zu eng hier. Ähm. Es ist so. Dass ich auf der Monster hier. Mit dem Mini Schirmchen. weniger Windprobleme mit meinem Mikrofon habe. Wie auf der Multistrada mit dem auch kleinen Schirmchen. Wobei es natürlich ja dreimal so groß ist wie das hier. Aber äh das kleine ist. Und ich bin jetzt letzte Woche ohne Windschild. Also Multistrada ohne Windschild gefahren. Und selbst da habe ich mehr Wind. Wie wenn ich mit dem Mini Schirmchen. Ich gehe davon aus. Einfach in der Grundform von der Multi. Dass das. Dass der Wind einfach so. Ne. Der wird so hochgepusht. Weil die vorne so spitz ist. Ich bin jetzt hergegangen. Und habe mir von Touratec ein neues Windschild bestellt. Ist natürlich ein großer hässlicher Klopper. Ja. Ich gehe davon aus. Ähm. Werden wir gucken. Aber es ist nun mal so. Wenn ich dieses Jahr wirklich sage. Okay. Ähm. Teufel komm raus. Ich packe jetzt meine Sachen. Und ich fahre jetzt weg. Ich bin relativ spontan. Kann ich das alles machen. Von der Arbeit her gesehen. Und äh. Dann versuche ich natürlich auch. Ich sag mal. Von den Sachen die ich mitnehme. Und auch vom Moped her. Einfach vom Zustand her. Dass ich da ein bisschen leichte Karten habe. Dass wenn es mal regnet oder so. Da ist so ein größeres Windschild. Doch schon mal vom Vorteil. Oder wenn es mal vielleicht einfach nur um. Wenn ich jetzt hier in die Alpen fahre oder so. Oder in Schwarzwald. Dann ballere ich vielleicht auch schon mal ein kleines Stück Autobahn. Keine Ahnung. Ist es wahrscheinlich auch ein bisschen angenehmer. Ähm. Das Windschild ist nun mit drei Schrauben fest. Das ist total easy mal. Ja. Ab und wieder dran gemacht. Ich bin sehr gespannt auf 2022. Ähm. Es gibt natürlich noch so ein paar Gruppenfahrten. Dass ich mal hoch ins Sauerland fahre bei die anderen. Und wir drehen mal eine schöne Runde. Machen Gruppenfotos. Ich liebe das. Und da wird es mir dieses Jahr so ein bisschen drum gehen. Das mit Sylt vergesst bitte nicht. Also wenn einer weiß wie ich auf Sylt komme. Ich wusste nicht wo ich suchen soll. Ich weiß nicht. Ähm. Dann ab in die Kommentare damit. Ich freue mich unheimlich. Ihr könnt euch das nicht vorstellen. Jetzt die nächsten zwei Wochen. Ja. Ein, zwei Wochen. Soll es Wetter schlechter werden. Ich werde mal ein paar Videos vorbereiten. Dass ich mal auf YouTube mal wieder ein bisschen was auf der Halde liegen habe. Ja. Und ähm. Hier steht noch aus. Hier auf der Monster ist ein Kettenöler montiert. Den werden wir demnächst demontieren. Das heißt in dem Video wird man natürlich mal sehen. Wie so ein Kettenöler System A funktioniert. B Verbrauch vom Öl. C wie zufrieden war ich. D wie baut man es aus. Und damit weiß man natürlich auch wie man es einbaut. Ist keine Frage. Und dann wird die ganze Schoße auf der Multi wieder montiert. Weil ich muss gestehen auf der Monster habe ich den Öler. Ich persönlich noch nie gebraucht. Weil ich fahre am Stück selten mehr wie 400 Kilometer. Und mit der Multi werde ich das definitiv tun müssen. Und da kann ich den Kettenöler einfach besser gebrauchen. Habe mir eine neue goldene Kette dazu bestellt für die Multi. Dass es ein bisschen schnieker aussieht. Und ja das werde ich machen wenn es jetzt demnächst vielleicht mal nicht mehr so gut ist. Und dann wird der Sommer schon mal. Der wird schon auch wieder kommen. An für sich muss man das sagen. Der März war jetzt der trockenste März seit. Was haben sie gesagt 70 Jahre oder sowas. Und man muss ja schon sagen es wird schon Zeit dass es mal regnet. Klar haben wir da alle keinen Bock drauf. Keine Frage. Aber mich freut es ja auch wenn das Grün wirklich grün ist. Ich möchte ja eine schöne Landschaft eine schöne Natur sehen. Und dementsprechend kann ja nicht nur nachts regnen. So ich habe keinen Schimmer wo ich jetzt bin. Jetzt habe ich mich total verfranst. Dreh noch eine kleine Runde. Sehr cool dass wir die Uhrzeit jetzt umgestellt haben. Ich bin auch ziemlich spät heute von der Arbeit weggekommen. Beziehungsweise musste ich das Firmenauto noch zu einer Werkstatt fahren. Weil Diesel Partikel sind so kaputt. Und Service steht da auch wieder an. Ölwechsel und Co. Und dementsprechend morgen Bürotag. Ich hasse Bürotag. Aber es kann sein ich mache einen halben Tag frei. Ich gucke mal. Ich frag mal. Ja Leute mehr sollte es nicht gewesen sein. Ich bedanke mich bei euch fürs dabei gewesen sein. Gerne einen Daumen nach oben wenn es euch gefallen hat. Gerne Ideen in die Kommentare. Was ich ganz vergessen habe ist. Ich habe Lebeugel damit. Nein ich werde das tun. Ich habe ja eben erzählt dass wir das Zelten mal üben werden. Und ich werde mich auch safe mal mit Zelt einfach so von der Socken machen. Ohne Plan. Ich fahre so lange wie ich Lust und Laune habe. Und dann wenn ich keine Lust mehr habe. Wenn es anfängt dunkel zu werden oder irgendwas ist. Dann suche ich mir per Handy einfach irgendwo einen Campingplatz. Und dann gucke ich wo ich unterkomme. Baue mein Zelt auf und gebe ich es den Abend. Mal so ein bisschen entschleunigen. Nicht so geplant erst das dann das dann das und dann das. Und um so und so viel Uhr und so. Das würde ich gerne mal weglassen. Und einfach mal ein bisschen leben würde ich sagen. Ja Leute. Bin ja auch schon am überlegen. Weil das könnte doch natürlich echt in sehr viele verschiedene Richtungen gehen. Wo ich dann vielleicht auf YouTube auf Instagram mal durchblicken lassen könnte. Wo ich denn so rum stecke. Dass mir abends nicht langweilig wird. Vielleicht hat ja dann einer Lust und Zeit. Das gucken wir alles mal. Wie gesagt. Vielen Dank und tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.